hallo mein name ist simon stein und in diesem video möchte ich ihnen zeigen welche benutzerbezogenen daten mit login ventry ausgewertet werden können und wie man eine berechtigungsanalyse durchführen kann in den vorherigen videos hatte ich ihnen immer gezeigt was man alles bei den geräten auswerten kann diesmal verbringen wir die zeit nicht auf dem assets knoten sondern widmen uns hauptsächlich dem benutzerknoten und dem knoten mit den berechtigungen ja dann wechsle ich vielleicht auch direkt mal zu diesem benutzerknoten hier habe ich jetzt auf einen oder user gefiltert die den namen bill im namen tragen einfach damit das ganze nicht zu unübersichtlich wird hier erstmal vielleicht zur erklärung woher stammt denn diese liste woher stammen denn diese nutzer diese einträge in der entität user befüllen sich aus verschiedenen quellen zum beispiel erfassen wir ja das active directory und dann lesen wir aus im ad welche ad konten es denn gibt auch hier habe ich jetzt mal auf bill gefiltert damit sie einfach einen vergleich haben wo welche daten stammen da woher das heißt diese infos hier kann ich aus dem ad auslesen was dort so alles hinterlegt ist viele details die jetzt für uns nicht relevant sind aber das sind also informationen die aus dem ad stammen also diese namen die hier stehen die werden dann auch in der entität user auftauchen also in der benutzerabfrage hier sind wir aktuell in der entität user account eine weitere quelle die die entität user befüllt sind auch lokale benutzerkonten diese werden sicher nicht in dem ad befinden sondern wenn wir ein gerät scannen und zum beispiel prüfen wer ist der zuletzt angemeldete benutzer auf einem gerät und das ist jetzt kein ad member sondern ein lokales benutzerkonto dann wird auch dieser name hier in der liste der user auftauchen und so füllen sich oder füllt sich diese liste aus diesen quellen also benutzernamen die von den geräten bei der asset inventarisierung erfasst werden als auch benutzerinformationen die aus dem active directorie stammen ja jetzt das war hoffentlich genug der theorie vorneweg wir schauen uns jetzt vielleicht einfach mal exemplarisch an was dann hier so alles bei rum kommt mit diesem beispiel user bill c zunächst wenn ich auf einen user doppelklicke sehe ich hier einen report der basiert wie alle reporte immer auf einer vorlage die könnte man auch anpassen liegt ganz üblich im ordner report vorlagen unten und dann sehe ich jetzt hier also verschiedene infos einerseits ausgelesen aus dem ad in welcher firma ist der in welche abteilung ist der in welcher position ist der aber auch ausgelesen von den geräten da sehe ich also auf diesem gerät vt win 8 1 hat dieser nutzer auch administrator rechte ja das sehe ich hier in dieser berichts form ich kann auch den pfeil hier mal aufklappen und dann schauen wir uns noch mehr details an denn dann kann ich hier noch verschiedene sachen sehen also zum beispiel in welchen gruppen ist denn dieser user enthalten das hatte ich auch schon im bericht gesehen oder eben die geräte auf denen dieser user administrator rechte hat was ich hier auch noch sehen kann sind berechtigungen und das ist ein ganz interessantes thema da muss ich auch kurz erklären wie das ganze funktioniert und zwar wenn ich jetzt hier bei diesem nutzer einfach mal auf die effektiven berechtigungen geben dann sehe ich jetzt hier erstmal gar nichts hat einen einfachen hintergrund so schaut das nämlich vielleicht bei ihnen auch aus wenn sie neu mit login venturi angefangen haben die effektiven berechtigungen sind nämlich eine relativ rechenintensive aufgabe in kleinen umgebungen hält sich dieser rechenaufwand in grenzen in größeren umgebungen mit viel tausend usern und vielen geräten da kann das durchaus mal etwas dauern weswegen dass ich glaube tatsächlich die einzige sache ist die bei uns in der datenbank gecached wird und ja auf dem server selbst berechnet wird ich kann dieses berechnen antriggern indem ich diesen haken oder diese option hier im ribbon menü einmal wähle das serverseitig neu berechnen sie sehen bei mir ging das jetzt relativ schnell es sagt die berechnung ist abgeschlossen wenn ich dann einmal die ansicht aktualisiere dann sollte ich hier auch entsprechend daten zu sehen bekommen diese berechnung geschieht auch immer automatisch durch eine system task es gibt verschiedene system tasks im handbuch finden sie dazu weitere informationen also immer nachts ich weiß gar nicht auswendig um wie viel uhr zwei drei vier uhr irgendwie sowas geschieht diese berechnung sodass sie eigentlich davon nichts merken sondern vielleicht nur das im hintergrund haben sollten wenn sie irgendwas an den berechtigungen geändert haben gegebenenfalls noch mal die neu berechnung an triggern und dann die daten noch mal neu laden dann haben sie auf jeden fall den aktuellen stand anhand der aktuellen scan daten so und jetzt sehe ich hier für diesen ausgewählten nutzer bill c auf welchen ordner kommt der mit welchen rechten drauf zum beispiel scheint er hier drauf lese und schreibrechte zu haben hier auf diesen ordner scheint der user keinen zugriff zu haben weil ich das auch manchmal gefragt werde was passiert wenn man hier den haken setzt nichts denn man kann den haken gar nicht setzen das ist immer im log inventory so sie ändern nie etwas an den geräten sondern sie sehen nur den stand der berechnung also da wurden die berechtigung für full read und write rechte berechnet und da sehe ich jetzt also hat lese oder hat schreibrechte aber ich kann das hier nicht entfernen um sowas zu ändern könnte ich mit der steuerungstaste den ordner hier direkt öffnen wenn ich die berechtigung habe das dann anpassen den rechner nochmal neu scannen lassen die berecht die berechnung der berechtigung noch einmal durchlaufen lassen und dann hätte sich vielleicht dieser haken hier entfernt ja also sie können hier keine haken entfernen oder hinzufügen ich könnte aber zum beispiel natürlich auf etwas filtern wenn ich jetzt nur die ordner sehen möchte auf die dieser ausgewählte nutzer voll zugriff hat dann wären das diese ordner hier so jetzt müssen wir noch vielleicht mal erklären woher denn diese daten kommen dazu wechsel ich jetzt mal ein stück nach unten weg von den benutzern und direkt hier in den ordner mit den berechtigungen rein denn bei der inventarisierung erfasst das log inventory einerseits welche freigaben auf den jeweiligen rechnern existieren und was eingestellt ist bei voll zugriff lese zu zugriff schreibt zugriff und vielleicht auch irgendwelche deny berechtigung die also verhindern dass gewisse leute oder gruppen da auf irgendetwas zugriff haben ja und dann sehe ich hier so ein paar sachen zum beispiel bei allow full steht bei diesem ordner everyone drin heißt im umkehrschluss dass auf die freigabe erstmal jeder zugriff hat und hier sind gegebenenfalls irgendwelche gruppen eingetragen oder es könnten auch einzelne user jeweils bei den freigabe berechtigungen eingetragen sein außerdem liest das log inventory auch noch auf ordner ebene aus wie denn dort die berechtigungen gesetzt sind ja da brauche ich gar nicht weit scrollen vielleicht konzentrieren wir uns mal hier auf diese paar zeilen sehen sie es gibt den rechner dekan mit dem share also mit der freigabe apps und in dieser app in diesem apps ordner scheint es unterschiedliche unterordner zu geben wo gegebenenfalls die berechtigungen sich auch wieder unterscheiden ich sehe also hier in diesen unterordner unterstrich skript da sind die leseberechtigungen anders als bei denen darunter liegt bei den anderen ordnern auf der gleichen ebene das heißt es wird auch auf ordner ebene das ganze ausgelesen und auch hier sehe ich dann lese zugriff schreibt zugriff voll zugriff und ich sehe auch sogar die vom darüber liegenden ordner vererbten berechtigungen sie können ja bei den berechtigungen einstellen ob diese vererbt werden sollen oder nicht diese ganzen infos kann ich hier also gemeinsam sehen und wenn ich dann diese berechnung der effektiven berechtigungen antriggere über das ribbon menü oder zeitplan gesteuert nachts über die task dann werden diese informationen gemeinsam genutzt um für jeden einzelnen nutzer für jeden einzelnen ordner auszurechnen welche art von zugriff der hat bei mir sind das jetzt hier aktuell in der datenbank nicht sehr viele ich habe hier 178 ergebnis teilen aktuell da wird sich die rechendauer in grenzen halten wie sie gesehen haben aber das erklärt auch warum das länger dauern kann bei 10.000 usern und 10.000 unterschiedlichen ordnern dann müssen entsprechend viele berechnungen da ausgeführt werden und damit sie eben wenn sie jetzt hier auf so einen ordner klicken oder so eine auswertung klicken schnell irgendwelche werte bekommen geschieht das eben gecached und wird nicht erst angetriggert in dem moment wo ich hier drauf klicke dass es eben dieses mit dieser server seitigen neu berechnung ja und jetzt sind wir hier unterhalb dieses ordners berechtigungen bei den effektiven berechtigungen wenn ich dann jetzt hier auf einen einzelnen nutzer filter da gibt es jetzt halt zwei mit dem namen bild c oder enthält bild c ja dann sehen sie hier also genau oder fast genau das was wir gesehen hatten als wir auf den einzelnen nutzer gegangen waren nämlich immer ob der zugriff hat oder aber nicht zugriff hat aber vielleicht ist ja auch mal interessant wer auf irgendeinen bestimmten ordner zugriff hat dann sieht man jetzt zum beispiel wenn ich mir das hier anschaue alle nutzer haben auf diesen ordner lese zugriff das sehen wir hier das heißt da würde auch der bild c mit auftauchen andererseits scheint es noch andere nutzer zu geben die voll zugriff lese oder schreib zugriff entsprechend haben und dessen informationen kann man dann oder deren infos sieht man dann hier in dieser liste also prinzipiell soll ihnen das zwei arten von auswertungen erlauben entweder sie suchen sich einen bestimmten ordner raus für den sie prüfen möchten wer hat dort welche art von berechtigung zum beispiel weil dort sensible daten liegen oder datenschutz relevante informationen vorhanden sind andererseits könnten sie sich einen einzelnen nutzer raussuchen und für diesen nutzer dann prüfen was hat der denn für berechtigungen auf welchen ordner kommt der zum beispiel mit voll zugriff drauf und dann könnte man vielleicht prüfen ob das richtig ist dass der praktikant voll zugriff auf alle geschäftsdaten hat ja genau also das ist eine sache die sicherlich ganz interessant sein kann diese benutzerbezogenen daten auszuwerten man muss eben vielleicht verstehen woher das ganze kommt aber das habe ich jetzt hoffentlich so erklärt dass ihnen das klar geworden ist auch was es eben mit dieser ansicht der benutzer hier auf sich hat okay und dann schauen wir vielleicht mal noch weiter was es sonst noch bei den berechtigungen gibt nämlich nicht nur ja auf ordner ebene und so weiter sondern hier ist auch zum beispiel eine abfrage welche lokalen admins gibt es auf dem jeweiligen gerät oder welche sql datenbanken existieren und welche nutzer haben dort welche art von zugriffsrechten damit sie diese informationen auch bei sich zur verfügung haben müssten sie bei der erfassung auch einstellen dass diese informationen zu den sql datenbanken auch ausgelesen werden da gibt es also im remote scanner einen definitionstyp sql server inventarisierung wenn sie diese haben durchführen lassen dann stehen auch in dieser sql datenbanken benutzerrechte dann entsprechend diese auswertung zur verfügung wo man sehen kann welcher nutzer kommt auf die jeweilige datenbank mit welchen rechten und was wir hier dann auch noch mit dabei haben ja passt vielleicht nicht ganz zum thema berechtigung aber vielleicht zum thema sicherheit ist die partitions verschlüsselung auf welchen geräten die aktiviert oder deaktiviert ist also der bit locker status kann hier auch angezeigt werden ok und ich glaube das war jetzt auch schon das wichtigste zu dem thema berechtigung und zu den benutzerbezogenen auswertungen und damit bedanke ich mich wie immer für die aufmerksamkeit so 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 so